Bücher können auf eine ganz besondere Art und Weise Wissen vermitteln und unter die Menschen bringen. Und so verstehen wir uns auch im Humboldt Forum, insbesondere als Forum und auch in der Tradition Alexander von Humboldts, der spezifisches Fachwissen mit seinen Kosmosvorlesungen in eine ganz breite und neue Öffentlichkeit getragen haben. Und das ist den Beitrag, den wir leisten wollen, dass über Sachbücher Themen an die Menschen kommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen. Das spielt eine zentrale Rolle in unserem Programm, also die Ausstellungen sind oder Podien, Konferenzen, Vermittlungsprogramm, dass es eben so einen Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen gibt und das macht das besonders mit diesem Sachbuchpreis. Und das Dritte, was wir hoffen als Humboldt Forum reingeben zu können, ist eine internationale Perspektive. Wie werden diese Themen international gespielt und was bedeutet das wieder für die hiesige Debatte?